Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Mario & Rabbids Sparks of Hope Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Mario & Rabbids Sparks of Hope Ja, ich glaube wir sollen mit Auki reden Der kann mich zum Leuchtturm bringen Aber ich will erst mal hier zu Ende erkunden, hier sind noch ein paar Herausforderungen, die wir machen müssen So, Plage aktiviert Und du bist ja ein cooler Rabbit Wenn ich bloß lösen könnte, würde die großen Augen machen Ich glaube ja Der bekannteste Archäologe unserer Zeit Okay Früher wurde die Geschichte geehrt Ruinen wurden ausgegraben Schätze gesucht Entdeckungen wurden in der Vergangenheit gemacht Nicht nur in der Zukunft Wenn heutzutage etwas nicht digitalisiert wird, ist es als wäre es niemals passiert Ich bin hier, um ein uraltes Rätsel zu lösen Seit Jahrhunderten sucht ein Deckel nach der Antwort Und ich kann es nicht allein lösen Ist euch übrigens auch gefallen, dass die immer nur das aussprechen, was so gelb ist Von dem Text her Die Vergangenheit Okay Nevermind Die Vergangenheit schweißt uns zusammen Werden ihr mir helfen, sie wieder aufleben zu lassen Bevor sie ganz in Vergessenheit gerät Hört mal Ich bin davon überzeugt, dass sich irgendwo in diesem Raum Die Lösung für das Rätsel aus dem Tempel vom Strahlenstrand befindet In einem Manuskript, das ich übersetzt habe, ist von der Kammer der zwei Söhne die Rede Ihr werdet es besser verstehen, sobald ihr das Rätsel gehört habt Der König Der König Der König Der König Nur zu Wenn diese Tragschichte für etwas gut sein soll, wenn die Leute daraus lernen sollen, muss es gelöst werden. Okay. Okay. Okay, er rennt davon ja weg. Ich würde sagen, er guckt den an. Warte mal. Die Bäder sollen uns ja helfen. Ich muss die Sternteile hier noch einsammeln. Ich glaube, Augie hatte keine schöne Kindheit. Warte mal, der ist ja eine komplette Pfeife. Für seine Eltern lief das fast endgültig über, als Augie bei Perfektos Hochzeitsfeier mit dem Sonnenwagen der Familie im Pool des Nachbarn landete. Ein Moment. Welche Pose hat der König? Okay, ich denke mal, der König steht so richtig. Ich glaube, er soll die Sonne angucken. Hat gestimmt. war er noch gar nicht fertig mit Rätseln lösen. Nee, egal. Was gibst du denn Schönes? Ist okay. Ist das? Ist das? Ein Sterntrank. Ach so. Ich dachte erst, das wäre ein Fernglas. Was? Was? Ihr habt das Rätsel des Tempels gelöst? Erzählt es mir. Ich möchte die Kunde verbreiten, damit die Geschichte zu neuem Leben erwacht. Man musste zunächst einmal die Statuen bringen. Der Ausgestoßene war übrigens Augie. Wer auch sonst? Ja. Armer Augie. Die Vergangenheit ruft uns nicht aus der Ferne zu. Sie flüstert uns ins Ohr. Ja, also viel Glück bei allem, was dich in der Zukunft erwartet. Oder wohl eher in der Vergangenheit. Ich glaube, Augie will seine Kindheit nur vergessen. So. Ist da unten was? Da unten ist auch eine Aufgabe. Wir haben das Rätsel gelöst, ohne alles vorher anzugucken, ne? Hierfür brauche ich zwölf Sparks, dann ist diese Röhre frei und dann kann ich darüber irgendein Riesending auf uns wartet. Ist das eine Drache? Ach nee, das ist auch die. Na gut, dann verprügeln wir jetzt mal den Goomba da. Ja Leute, ich will so oder so alle Rätsel in dem Spiel auch lösen. Ich kann Luigi hier, glaube ich, gebrauchen. Rebeller muss einfach drin bleiben. So, let's go. Erstmal die Gruppe da rumliegen. Machen wir den Schaden hoch? Wart mal. Dich nochmal zurückpfeifen. Ja, Feuerschaden und dann mache ich den weg. Und tut. So. Rebeller hier, nutz mal aus. Ja, das sind die Letzten, ne? Easy. Also, der Kampf war ja mega easy. Mehr Informationen. Da ist ein grüner Kreis. Damit ich jetzt grüne Münzen... Grüne Münzen-Herausforderung. Wo sind die denn? Ich sehe sie nicht. Ach, da. Okay, ich sehe, wo sie sein sollen. Ich warte auf den Kreis. Okay. Wahrscheinlich muss ich einmal im Kreis rennen. Easy peasy. Oh, das waren sogar recht wenige. Ja, das war einfach. Okay, gut. Wo würde ich denn eigentlich rauskommen, wenn ich jetzt hier aus der Tür gehe? Wahrscheinlich entweder hier oder hier. Ich gehe mal aus der Tür raus. Ich will wissen, wo ich rauskomme. Ah, hier sind wir. Okay, bei dem Haus. So, den Goomba ignorieren wir jetzt. Das wäre nur derselbe Kampf nochmal. Damit Keramikpanik. Und keine Ahnung, was das ist, aber da gehe ich auch gleich hin. Ich würde sagen, erst mal diese Keramikpanik. Da ist ein Toad. Okay. Ich sehe Bomb-Oms. Bitte sagt, dass das keine Eskorte ist. Die waren im vorherigen Spiel schon nervig. Nee, das ist übrigens kein Boss gewesen. Da steht der nämlich doppelt. Ich denke mal, das ist generell einfach nur ein großer Gegner. Ich dachte, ich hätte hier einen Toad rumstehen sehen. Okay, ich brauche keine Flächenangriffe. So, ich kann hier Techniken aufwerten. Ja. Bei ihm müssen wir auch noch Techniken anpassen. Gerne. Bei ihren Reichweiten zu erhöhen wäre auch nicht dumm. Stunklinge will ich stärker haben. Ah, ich habe noch einen Punkt. gut. Ja und ja. Muss halt auch mal aufwerten. Stampfer, sehr gerne. Die waren im vorherigen Spiel schon sehr praktisch. Äh, Mario kann mehr Rasereiangriffe. Oh, mehr Gegner treffen. Ich mag es generell, wenn man die Spezialfähigkeiten schneller einsetzen kann. dann können wir ja, ne? Sehen wir es durch. So, die Bombe ist kein Problem. Ich kann die vordere Bombe anpeilen. Doch nicht. Da stand was im Weg. So, jetzt aber. Ich würde die Bombe mir eigentlich viel lieber dafür behalten, dass ich die auf die großen werfen kann. die Karabee befriedigen. Schluss. So, jetzt kann ich auf den schießen. Der bewegt sich ja inselt, nachdem ich ihn abschließe. da war das eine gute Kombination. So, dich nutze ich aus. komm ich zumindest ein kleines Stück weiter. Der müsste tot sein. Das ist eine kleine Version von dem gerade eben. Oh, da kommt gleich ein neuer. Kann ich wen treffen? Nee. Team-Sprung. Ich will so weit wie möglich da hinten hin. Zeige ich mir schon. So, Glutu. Stimmt ja, der ist unempfindlich dagegen. Ich ihn noch mal schläger, dann ist er in Reichweite. Töte ihn aber nicht. Das ist der Sturmklingen-Bereich. Ich glaube nicht, dass diese Person da in den Bereich käme. Irgendwann mal gucken, ist es im Bereich gerade so dicht. Verdammt. Oh, der macht doch noch genauso viel Schaden ungefähr wie der andere. Da kommt ein Bom-Pom raus. Was ist das denn für ein Geschenk? Ich kann den mit Raserei um nie. so, erst mal Heilung für alle. ist es reich, wenn ich einen von denen treffe. So, jetzt ist es eigentlich egal. was ist das denn? Das ist ja kinder doll. Das machen wir kaputt Muss das nicht sein Ja, der soll nicht in Reichweite für Teamsprung So, und kaputt Könnte ausreichen Hört nicht nur, tut es auch Easy Keramik, Panik haben wir geschafft Das glaube ich dir sogar Lässt das Ding los So, ich brauche diese Kugel Die kommt da rein Dafür braucht man kein Genie sein Um nichts raus zu finden Jawoll, wieder eine Münze Wie viel haben wir mittlerweile Können wir nicht nachgucken Ich glaube, hier konnte man es nachsehen Doch nicht Ich glaube, acht ungefähr sollten wir haben Ja komm, dann haben wir noch einen Bereich Vor uns Ja komm, ich klatsche die eben kurz weg Aber ich weiß nicht, ob ich es drin lasse Oh, der kam schon diesmal anders zu sein Gut, dann können wir es ja so lassen Den richtigen Winkel finden Und zack Dann werfen wir durch Und retten die weg Hier hätte ich jetzt Pluto gebraucht Komm, jetzt mach den Teamsprung Ich will nur hier rüber Das ist ein Witz Okay, der ist dumm Weil ich es eigentlich nicht treffe Aber ich kann ja die Verteidigung kleiner machen Tschüss So, wir haben da noch eine Sache vor uns Laut der Karte Und zwar hier runter Was ist denn in der Richtung? Ach, hier ist ein Pau-Block Stimmt, den habe ich ja von unten gesehen Oh, hi Oh, wie nett Da ist ein Bom-Bom, den ich werfen kann Sind nur diese zwei Das sollte easy werden So, jetzt nutze ich die Raketen Hol den näher ran Zack So, ich gehe jetzt extra mit allen erstmal einen kurzen Schritt weg Ach, mit ihr kann ich nicht mehr Schade, ich wollte den Bom-Bom tacklen Nein, ich kann dich noch tacklen So, dich soll ich zu Tode tacklen können Und tschüss Easy Ja, läuft doch Was haben wir jetzt hier vor uns? Ich habe ein Ei Restauriere das Gebäude Das ist Augie Ah, ich muss die Bilder wieder richtig machen Das ist jetzt aber keine Anmerkung Welches zu was gehört Obwohl, das kann hier nicht dazu passen Das könnte hier hinpassen Wo ist denn das letzte Stück? Ich habe jetzt nur drei gesehen Das hier Das hier passt glaube ich auch Aber ne, das passt mit dem Buch nicht Das hier könnte passen Ne, warte Das passt da unten Da hinten Wegen dem Schneckenteil So Das kommt glaube ich hier hin Das gehört dann tatsächlich hier hin Oh ne, die beiden sind vertauscht Ich demlack Man sieht doch hier sogar Dass er da das Buch hält Dann komme ich hier eigentlich nicht vorbei Jetzt überlöst Habe ich gerade einen neuen Spark freigeschaltet? Ihm nach Ich glaube das ist die Stelle Wo ich vorher nicht hinkam Ja, hier kam ich definitiv vorher nicht hin Okay Da erwartet mich ein Kampf Den können wir ja noch machen Da kriege ich einen Spark Habe zwar null Story heute gesehen Aber Den Kampf machen wir noch Wir haben zumindest Rätsel Spaß gehabt Ich glaube es ist egal Welchen Schar ich nehme Ich weiß schon wie Ja Ich habe schon eine Peilung Wie ich das machen muss So Die Bombe mache ich mal weg Ach selig Die Bombe mache ich weg Ich sollte erst die anderen Äh Weg machen Ich sollte Das hat weh getan Ich bin gerade so in Reichweite Okay Die Bombe kommen Ich habe schon gesehen Ein paar muss ich auf jeden Fall noch werfen Ich lasse die mal respawnen Und da kommen höchstwahrscheinlich Bombe-Oms raus Ja der ist doch locker nicht in Reichweite Okay Okay Hat doch gereicht Hat nicht weit Ich mache die Deckung mal kleiner So dich nehmen wir mit Und dann kann ich die Runde auch schon beenden Da kam kein Bonbon raus Zumindest nicht als erstes Das war ein netter Versuch So ich muss zuerst die Bombe-Oms da weg holen So hier ins Verteidigung hinstellen Erstmal den Bomben holen Das war die Schlauste Aktion die ich je gebracht habe So ich hobel die weg Kommt bewegt euch doch Schaut euch Trauen sich nicht sich zu bewegen Das war eine doofe Kombination So den mach ich fertig Kann ich da reingrätschen Kann ich da reingrätschen Dann versuchen wir sie anders Komm schon Schade Soll ich grätschen schreien Abgeschafft Wir haben einen weiteren Spark Es macht Spaß im Pfützen zu spielen Wisst ihr Eraser Ich bin Eraser Dank für die Rettung Lasst mich kurz Luft holen Dann können wir los Ja wir haben einen weiteren Spark Ist hier sonst noch irgendwas Hier ist eine Kanone Die mich irgendwo hinschießt Und dabei kriege ich Münzen Okay gut Der Part ging jetzt hier wirklich schon lange genug Ich hoffe ihr hattet Spaß beim Zusehen Bin ja Na ab und ein Like da lassen Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Tschüss